ja hallo und somit herzlich willkommen zu einer kleinen neuen demo hier auf dem kanal heute mit terra neil ich würde sagen wir schauen uns das ganze einfach mal an und ja keine ahnung was mich hier so erwartet von daher let's go ab in die demo welcome to terra neil your goal is to read you were made it's a wasteland by covering the landscape in greenery cancer Jesus also diese karke fläche hier wieder mit fauna und flora zu pflanzen aber before you begin try painting painting by moving your mouse cursor to the edge of the screen i can press not yeah hab ich auch schon gesehen any wasteland reclamation project should start with a turbine select and place one now now that you have power you can clean the soil try to fit for toxin scrubbers as far from the turbine as possible toxin scrubbers okay wahrscheinlich gibt es hier so fremdwürde die ich nicht mal verstehe oder nicht mal richtig übersetzen kann entschuldigt das bitte keine ahnung was ein toxin scrubber ist aber auf jeden fall setzen wir den mal hier hin und so wird zumindest die trockene fläche nass wahrscheinlich nicht das ganze geht eigentlich hier darum diesen planeten hier diese welt wieder zu bepflanzen klinzer provides the perfect place to grow greenery in place three okay das ist also ähm geklingte erde so gesehen place three irrigators on the clean soil they can be rotated with the mouse und so will wahrscheinlich heißt immer am besten so viel wie möglich hier mitzunehmen denke ich mal okay nice sieht doch schon mal ganz gut aus da sieht man also wie viele punkte man bekommt target greenery coverage percentage okay 18 prozent der welt ist schon mit fauna und furbe pflanzt hört sich gut an so weit gut gut well done you need to increase the greenery in the landscape get greenery target to 25% okay das kostet also hier diese punkte wenn man so eine turbine bauen möchte und da sieht man auch immer schön wie viel man eigentlich damit bewirkt und 164 165 165 punkte sind das meiste okay okay hat sich jetzt also tyrannil dry riverbed okay da kommt noch was auf uns zu water pump water to fill riverbed tiles water cleanens your neighboring tiles ranges extend by elevation elevation calcifier crystallizes nearby greenery creating rock excavator creates a new riverbed but poisons the land around it can be rotated also wir können die flussläufe die hier ausgedrückt sind wieder mit wasser befüllen crystallizes nearby greenery dem können wir hier neue steine setzen und damit können wir flussbette bauen dann current climate reach the target temperature and humidity for rewards okay also es ist ich denke mal das kreuz ist unser target und wir haben gerade so äh 30 30 grad fast 100% luftfeuchtigkeit oder was auch immer das bedeutet auf jeden fall schon 31 prozent des planeten der welt hier mit greenery beforstet das alles abdecken kann man wahrscheinlich gar nicht denke ich mal aber man kann es versuchen so wie hier das sieht eigentlich ganz gut aus damit macht man eine grosse fläche und dafür braucht es okay okay so wie so auch immer man das bloß hier setzen kann wahrscheinlich wegen dem strom denke ich mal ja okay okay hier macht es wahrscheinlich am meisten sinn sieht doch ganz gut aus das ist das ist das ist das ist mal schauen ob das wirklich gut kommt 45 prozent haben wir schon mal das ist gut hier bräuchten wir jetzt einen weiteren stein sonst können wir hier nichts bebauern ja ja äh jetzt wird es interessant ich setz da mal einfach ein paar Dinge hin vielleicht mach ich hier auch was falsch mal schauen auf jeden Fall sieht es eigentlich ganz gut aus auf jeden Fall sieht es eigentlich ganz gut aus aber es geht nur am fluss beten okay ja das ist doof hier ist eigentlich ja 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 ich ich Das sieht eigentlich gut aus. Damit können wir was alles abdecken. Wahrscheinlich mache ich das ganze wirklich sehr falsch. Aber das werden wir dann sehen. Vielleicht gibt es auch bloß eine gewisse Anzahl von Dingen, die man brauchen darf. Und bis jetzt läuft es eigentlich doch ganz gut. Würde ich sagen. 125. Ja. Okay, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, hier einen Pluslauf durchzuschießen. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Kann ich den auch wieder abreißen? Nee, natürlich nicht. Schön. Somit hat es hier gar nichts gebracht. Auch gut. Dann habe ich das Teil hier falsch verstanden. Kann man machen, muss man aber nicht. Okay. Okay. Wahrscheinlich wär's schlauer, die ganzen äh, wie heißen die? Irrigator erst dann zu setzen, wenn wir wirklich alles hier mit diesen Toxin Scrubber voll haben, weil offensichtlich aktivieren sie sich bloß einmal, was ein bisschen doof ist, wenn man mich fragt. Aber ich hab ja da nichts zu sagen. Okay, wenn man jetzt hier... So machen würde, dann würde das funktionieren, okay. Wenn dann der Fluss weiter läuft, mach ich doch das einfach mal. Sieht zwar so aus, als ob wir wahrscheinlich fast zu wenig hätten. 143 New Vegas Diefen 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 Untertitelung des ZDF, 2020